Gedanken. Gedanken darf sich auch jeder machen. Gedanken über all mögliche Sachen. Gedanken hat jeder, sind schlecht oder gut. Und von manchen Gedanken tut sich ein Hut. Gedanken sind frei, sind nie besetzt, sei es der Erste oder der Letzte. Gedanken sind frei, braucht man nicht zahlen. Und so manche Gedanken, da hat mir recht gut gefallen. Gedanken, eins sind zu lachen, eins sind zu rühren. Ob jung oder alt, kann nie gedankenlos werden. Es wird auch nie kein Mensch auf den Gedanken kommen und dir deine Gedanken nehmen. Die Menschheit ist schon so lange beim Studieren, aber das Gedanken lesen, wirst du nicht probieren. Gedanken kommen am Tag wieder. Ich schreibe so manchen Gedanken nieder. Gedanken kann man normalerweise nicht lesen. Ist für heute eine Ausnahme gewesen. Gedanken haben schon oft eine geschrieben. Und gedacht, sind jedem seine Gedanken geblieben.